Oh Gott, ich hab schon Angst, dass ich aus der Party geflogen bin. Alle sind drin. Ach, ich bin rausgeflogen, ich auch. So. Ich starte genau in diesem Moment. Ne? Willkommen zurück zu GTA Online. Ne? Weil ich ja nicht starte. So, wir spielen heute Bastelt hier mit der Truppe. Heute sind wir ein paar mehr als das letzte Mal. Das kann ja was werden. Ein Flüchtling, 13 Cops oder wie auch immer. Das wird was geben. Hoffentlich kommt der Zug nur, wenn er sich wieder quer. Wetten, ich hab wieder Pech und bin ein Flüchtling? Ja, hoffentlich. Ich muss wieder wegbracken. Ich bin Flüchtling. Der Flüchtlingsbond am Flüchtlingsauto. Das ist ein roter Camaro. Ja, dieser Gauntlet da. Cotlet. Camaro. Camaro Dodge Charger Remix. Sitzung wird gestartet. So, wie gesagt, Teams und Wurst, der der am Fahrzeugsbord sollte versuchen, schnell zu verschwinden. Ja, mal mit Luca und Terni. Wer ist das Flüchtling? Ja, wie ist das? Keine Ahnung. Das ist, wie gesagt, der selbst erstellt. Ach so. Der Spawn-Ton an dem Auto. Ach so, der Spawn-Ton da. Ja. So, ja, ja. Oh, bitte ich. Ich will Flüchtling werden. Ich wette, ich hab wieder Pech. Ich hab immer die Arsch gerade. Wenn's denn startet. Okay. Ja, ich wusste es! Boah, ne, ey, ey. Ich fahr jetzt erstmal weg, immer gucken. Oh, ich und Terni. Alle auf den Päde-Onkel. Ich geb dir gleich Päde-Onkel vor die Fresse. Wie gesagt, find mich erstmal. Na, aber nicht so'n Scheiß, du. Wieso ist der so schnell? Geh mal weg! Geh mal weg! Eeeey! Der Zug kommt! Der Zug kommt, der Zug! Oh! Aua! Hey, sorry, die ist da gerade wirklich zuhause, aber... Weg! Äh! Äh! Hast du jetzt noch eine Kalle dazu? Hahaha! Alter, in dem Tutelierkalle hat ja was mehr an! Ja! Ach, Scheiße! Geil! Hahaha! Ey, ich kenn's gleich viel! Pff! Hahaha! Hahaha! Der Tunnel geht nun zwei Richtung. Hahaha! Ach, seid ihr alle im Wasser abgesoffen? Ey, ey, ich hab den Pfosten nicht gesehen! Ey, kann man wieder raus vorne oder so? Ne, ne. Ja. War da was? Ja, das geht. Ja, das geht. Ja, ich hab schon, liegt sie einfach auf die Straße. Das war's, sollen wir alle jetzt in den Tunnel, weil... Ah! Ah! Leute, der ist hier hinten! Ja! Das ist so gut! Ja! Das ist so gut! Ich glaub dir, wofür ich den Helikopter Habs? Aus Langeweile? Ja! Wegen der Milchstil! Wegen der Milchstil! Das hab ich immer noch angehört. Also von daher... Du bist anstrengend! Mir entkommst du so schnell nicht! Was? Das... Du bist doch der Helikopter, der mit Motorrad nen Truck aufhalten wollte! Nein! Das Baum! Und dem werden wir uns in der Karte! Das ist der Witz hier, Killer Bies! Ne? Sorry! Oh! Was passiert? Oh! Das ist ja... Wie richtig geht der Arkops? Äh! Ich komm voll durcheinander, ne? Scheiße, ich darf da gar nicht durch! Oh! 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 Ja, ich hab... Ja! Wer fährt denn da mit dem... Da fährt einer aber ein anderes Auto als ein Bullenwang. Boah! FPS! Da! Da! Ja, Let's Play, Onkel! Kommst du nicht durch! Was ist Let's Play, Onkel? Ich bin undercover hier! Ich hab mit nem Bullenwang gekommen! fahr 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 da ist der komm wir driften wo ist jetzt Play Onkel oben 2-3 stück unten treffen nach hochgefahren nach hochgefahren er springt auch wieder runter ja, ich block das kannst du nicht blocken hab ich selbst mal aufprobiert aber ein paar sollen so eine straßensperre unten machen morgens ob僕 von ban einw partout wo ma wohl yes moment klaus mom mal um o Oh. 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 Okay, ich geb' auf. Puh, ist auch zu brennend. Ah! Ah, hier kann man nicht rüberklettern, okay. Pff, he, he. Ah, ne, ne, ne. Ey, guck mal. Wee. Alter, bin gestört. Ah! Ah! Das ist saurell! So. Alter. Nein, gewonnen. Du hast verloren. Du hast den Vollhorst. Das Horst. Was ist jetzt passiert? Richtig, nein. Das war krass. Warum war mit dem Helikopter das so? So. Was jetzt? Das war Käse. Pff. Feier dir da. Oh, ich schau dir nicht zu. Du bist ja ausm Auto geflogen, ey. Ich werde nicht mit dem Auto zu ziehen treffen. Ja, du Bastard ist, ähm... Paar scheinen da ja aus der Reihe zu tanzen. Ah, also komm ich dann mit dem anderen. Mit dem Mercedes kann auch n Auto. Fliegt da mit dem Medi-Schrauber, ey. Uh, Terny. Guter Konter. Ah! Alter! Nein! Ich bin in die Agde jetzt, äh, nach dem Terny, ne? Mhm. Es ist so ruhig hier. Was ist hier los? Ja, allen Ernst, es ist nicht ein LKW geholt. Ja, das Spiel-Uncle. Erzähl mal. Jetzt wird das Schreibe sein, ey. Um es nicht langweilig wird. Scheint mir irgendwie... Pff. Hä? Fahr mal an Brax. Dieser Brax. Boah, die Nachrichten laden hier gar nicht mehr. Naja. Coa, 12.000, Alter. Pff. Ach stimmt, desto mehr Spieler man hat, ey. Desto mehr Geld kriegt man auch immer. Super. Tee im Arsch, oder was ist los? Ey, ganz Xbox spackt grad'n bisschen. Merkst du das? Ja, wunderbar! Wunderbar, Leute! Jawoll! Aaaaaah! 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 Geil! Schön! Internet abgespackt. Tja, Leute. Die Verbindung wurde unterbrochen. Was soll ich da jetzt machen, ne? Mein Internet hat sich aufgehangen. Kann ich nix machen. Folge leider vorbei. Das dauert jetzt, bis ich das Internet wieder hergestellt hab. Deswegen... Tut mir leid. Kurze Folge. Kann ich nix dran ändern. Da hat man mal ne schöne Session und dann sowas. Ich hoffe, ich krieg die Jungs nochmal alle zusammen gleich. Ich könnt schon wieder ausrasten. Also ich könnte jetzt... Ne. Also jetzt kommt mir grad schon wieder so ne Wut im Bauch hoch, ne? Ich lasse das einfach mal. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauer auf jeden Fall. Die Runde haben wir ja zum Glück noch zu Ende bringen können. Bis... morgen. Ciao. Yo. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Came from California. Trying to make it in life. In school they never taught ya. Dreams of my own. I've been working from home. I can do it on my own. But sometimes it gets cold. Like. Oh. 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 Oh.